Hallo liebe Musixor TV Zuschauer, wir sind wieder zurück auf dem Stand von WeLoop und ich freue mich, dass der Boris hier ist, um uns ein bisschen zu erklären, was es mit diesen tollen Controllern auf sich hat, weil da gibt es auch was Neues, was ihr anbietet. Richtig, genau. Das ist quasi jetzt die Einsteigerklasse, das ist der Mixage. Das ist ein klassischer Zweideck-Controller für Traktor. Ist optimiert für Traktor LE, also wirklich jede Funktion, die in Traktor LE integriert ist, ist auch umgesetzt auf diesem Controller. Wir haben noch ein paar Zusatzfeatures eingebaut, wie Cue-Punkte an, triggern und im Beat rumwandern, was eigentlich nur mit Traktor Pro möglich ist, aber wenn man halt upgraded mit diesem Controller, hat man einfach noch ein paar Funktionen, die man auch noch benutzen kann. Generell richtet sich es halt an Einsteiger, soll ein rundum sorglos Paket sein, Software wird mitgeliefert. Auch hier funktioniert das Gerät schon mit Traktor Pro 2 oder halt auch Traktor LE 2 und auch hier wird jeder, der das in diesem Jahr kauft und noch eine alte Traktor LE-Version hat, kostenlos auf neue Updaten können. Also super für jemanden, der einsteigt und trotzdem was Investitionsstabiles haben möchte, sodass er auch für morgen was hatten, sich nicht wieder was Neues kaufen muss. Genau, genau. Ist es denn schon verfügbar? Es ist noch nicht verfügbar, Mitte Mai wird es verfügbar sein und kommt dann in zwei unterschiedlichen Varianten auf den Markt. Einmal in weiß, den haben wir jetzt hier nicht, als reiner Controller, da muss man sich halt noch eine externe Soundcard dazu besorgen oder halt die rechnerinterne Soundkarte benutzen, geht auch. Und einmal als Interface Edition, dann kommt sie in schwarz, so wie wir sie jetzt hier sehen, wo nochmal ein 24-Bit-Audio-Interface verbaut ist. Der Preis wird ungefähr wo liegen? Der liegt einmal bei 260 Euro für die Interface Edition und 199 Euro für die Controller Edition. Alles klar, vielen Dank Boris. Alles weitere wie immer bei uns auf der Internetseite unter www.musicshow.de